Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr an einem Mercedes-Benz Actors 1836 in diesem Fall die Rücklichter-Lampen wechseln könnt. Geht auf die Rückseite eures Trucks und dort seht ihr eure Rückstrahler-Rücklichter. Ihr benötigt nun ein Tox-Werkzeug, um die Schrauben zu lösen, die eure Rücklichtkörper in Position halten. Schraubt sie einfach links heraus. Achtet nur darauf, dass euch nicht das Rücklicht dann runterfällt, weil es gibt diese Teile natürlich nachzukaufen, aber die sind nicht ganz preiswert. Also nach links heraus schrauben, schön festhalten und dann werdet ihr das komplette Körperchen abheben. Am besten ihr fangt außen an und arbeitet euch ein bisschen nach innen vor. Und schon seht ihr, haben wir die Rücklichter-Birnchen freigelegt. Nun können wir die Rücklichter-Birnchen, hier sind es fünf Stück an der Zahl, wie ihr seht. Ne, sechs sogar. Können wir diese an Beispiel von einem machen wir jetzt mal wechseln, weil die sind alle gleich montiert. Es sind solche Sockel, die ihr reindrückt und dann nach links herausdrehen müsst. Also reindrücken, circa 90 Grad drehen und dann bekommt ihr die Rücklichter-Birnchen auch heraus. Es waren gar keine 90 Grad, ich glaube es sind nur 30 Grad. Anhand des rechten Birnchen haben wir das jetzt demonstriert. Ein neues kommt hinein. Also reindrücken, da sind solche Füßchen dran. Diese Füßchen passen nur in die Position. Reindrücken und nach rechts drehen. Das gleiche Prozedere ist dann auch durchzuführen, indem ihr immer die Birnchen nicht abwascht, sondern abputzt, bevor ihr sie anschaltet. Ansonsten könnte es sein, dass durch euren salzigen Schweiß eine Platzwirkung auf das Glas einwirken könnte. Deshalb immer vorher mit einem Baumwolltuch oder einem Handschuh trocken reimen. Sehr wichtig. Ihr seht sogar, welche einzelnen Birnchen ihr benutzen müsst. Das ist im Inneren des Rücklichtkörpers angezeichnet. Das heißt, ihr könnt euch gar nicht vertun. Auch die unterschiedlich größeren, großen Teile sind auch nicht kompatibel zueinander. So, jetzt haben wir also die Rücklichtbirnchen gewechselt. Nun kommt die Abdeckung wieder drauf. Achtet darauf, dass die Gummidichtung auch vernünftig anliegt. Also ihr sollte nirgendwo rein und auch nicht rausgequetscht werden. Und dann könnt ihr auch wieder die beiden Schrauben mit dem Torx Schraubendreher wieder festziehen. Danach ist, oder es sind sogar vier, entschuldigt. Entschuldigt. Es sind vier Schrauben. Am besten ihr schraubt die vier Schrauben immer im Kreuzverbund fest. Das heißt, fangt rechts unten an, dann geht nach links, dann geht nach rechts um und dann nach links um. Dann abschließend eine Kontrolle des Gummis und damit ist euer Rücklicht wieder einsatzbereit. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschundschund.